Ekaterina Leonova teilt via Instagram kryptische Zeilen und die geben ihren Fans Grund zur Sorge. Ekaterina Leonova hat eine schlimme Kindheit hinter sich. Ekaterina Leonova, 36, ist ein echter Sonnenschein, zumindest kommt das so rüber. Das hinter ihr jedoch schwere Jahre. Und sogar eine dramatische Kindheit liegen, offenbarte die Profitänzerin während ihrer Teilnahme an der Sendung Unbreakable, wir machen dich stark. Dort sprach sie erst mal öffentlich über das Verhältnis zu ihren Eltern. Beide Eltern haben mich sehr geliebt, aber ich habe keine Liebe gesehen, so Ekaterina. Häusliche Gewalt gehörte in frühen Jahren zu ihrem Alltag. Fast täglich musste die kleine Ekaterina mit ansehen, wie ihre Mutter von ihrem Vater geschlagen wurden. Sie selbst bezeichnete sich während der Dreharbeiten zu Unbreakable als Friedensmacher der Familie, wurde so von ihren Eltern betitelt. Doch heute geht es dem Let's Dance Star besser. 2008 kam sie für ihr Studium nach Deutschland und fand hier schließlich ein neues Zuhause. Ekaterina Leonova, die Sonne scheint nicht jeden Tag. Ganze dreimal konnte Ekaterina, die durch Let's Dance zu einem echten Star wurde, die Tanzshow gewinnen. In diesem Jahr reichte es nur für den vierten Platz. Allerdings soll Ekat in ihrem Tanzpartner Timon Krause, 28, eine neue Liebe gefunden haben. Doch auch wenn sie heute glücklich und zufrieden ist, weiß die 36-Jährige, dass es immer wieder schlechte Tage geben wird. Aktuell urlaubt sie in Italien und sendet von dort aus kryptische Zeilen an ihre Fans. Bei Instagram teilt die Profitänzerin ein Foto von sich am Strand und schreibt dazu. Die Sonne scheint nicht jeden Tag, aber sie kann jeden Tag in dir scheinen. Man sagt mir, du bist ein Sonnenschein. Du bist immer positiv. Wie schaffst du das? Denkt ihr, mein Leben ist immer wolkenlos? Oder bin ich ein Glückspilz? Nein. Ich bin ein normaler Mensch, mit vielen Baustellen und täglichen Aufgaben. Ob Ekats Privatleben der Grund ist, weshalb sie genau jetzt diese Zeilen im Netz teilt oder sie das nur anlässlich des Regenwetters in Italien schreibt, lässt die 36-Jährige offen. Einen Tipp gibt sie ihren Followern dennoch mit auf den Weg. Alles ist super, schau mal auf die Dinge. Einfach mal aus einer anderen Perspektive. So lautet übrigens auch Ekats WhatsApp-Status.